TV über Regional Ja, hallo, hier ist wieder der Ryan. Ich bin's, die Kumquats-Puppe. Hallo, ja, du, dies meine ich. Heute habe ich mal wieder eine ganz tolle Geschichte aufgeschnappt. Der Opa Ray hat sich mit seiner Tochter Pamela unterhalten. Ja, und Pamela hat zu ihm gesagt, du, ich habe da so ein Filmchen gesehen von der Vera Birkenbiel. Die fand ich ja ganz klasse. Leider lebt die nicht mehr. Ja, aber das Filmchen ist noch da in YouTube. So, und da hat die erzählt von einer Telefonzelle. Und wenn man da Geld dann drin lässt und der Nächste kommt rein und der findet das, weil jeder guckt nach, ob da Geld noch drin ist, dann freuen die sich. Ja, jetzt gibt es ja aber keine Telefonzellen mehr. Und dann hat der Opa Ray gesagt, ja, weißt du, das geht heute immer noch ganz genauso. Dann nimmt man einfach einen Euro in 10 Cent-Stücken und wenn man spazieren geht, dann schmeißt man so ein 10 Cent-Stück nach dem anderen weg, sodass das die Leute aber auch sehen können. Und das in mindestens 10 Mal einen glücklichen Menschen, der sich dann den ganzen Tag freut. Riesig, oder? Probier's doch auch mal. So kann man die Welt auch ein bisschen freundlicher machen. Ganz wenig Einsatz. Tschüss, euer Ryan.